Ja und herzlich willkommen in der weiteren Folge 416 Karrieremodus mit Borussia Mönchengladbach Karriere Season 2 Karriere Season 2 Latzi ist besser als wir, wir sind 12. Hertha sogar 9. Gute Chancen zum Gewinn und ja Europa League haben wir 1 zu 1 gespielt Gottes Willen war da schrecklich was naja ich würde mal sagen hätte oder du ich war am anderen Spieler noch ich habe nur den anderen Spieler laufen sehen deswegen habe ich das so gesagt wollte ich nur mal dazu sagen aber passt klar hast hast du vollkommen recht klar wenn ich genau so mit dem Kommen von mir hat und so nach der Rommelmann wieder was hat er dir ach jetzt will jetzt kommt was jetzt rennt sie weg und vor allem nur da haust du mir mal glatt von den Sachen die und aus aus ne das ist nicht alles das ist an bei fliegende bälle oder der luft willst du doch nicht das war kein absetzen das ist das einzelne verraten bsg das ist doch nicht julian schieber julian schieber wird ja auch auf dem platz stehen wenn er verletzt ist langzeit verletzter typ alter weisse hat er soll die scheunentore aufmachen nico schultze schmied sogar mit hier ich fasse es nicht zu sehen wie die wölle weiter ich bin jetzt schon ich bin jetzt schon auf Prozent 2 0 und jetzt haben ich freue mich die Hertha macht Spaß gegen der Verlieren wenigstens ordentlich hätte eigentlich ein Elfmeter sein müssen aber okay ich habe gar nicht so viel zu stark dafür Plattenhaut bitte nicht das war man warum weist er das ab mann ich hab vor allem kann Kopfball machen ganz ehrlich so alt ob Kraft die mit einer jetzt muss doch nur einer Köpfen noch was macht Ramos der Wiff passen als kalt als man dahin die Gäste Kraft Alter Ramos du bist so ein Hundesohn ganz ehrlich der Kiefer ist so dumm der verliert den Ball nicht der Kiefer Klämer an gespielt der Kiesemann wie dumm die spielen und er gibt den Ball ab ja stimmt er sagt noch bitte dazu jetzt laufe du hast den schnelleren Spieler läuft nicht das ich habe die Götter ich habe die Götter müssen gerade abgenommen mit der Saison alles klar so wie du möchtest hast du ein Glück dass der da ist da jemand scheint jetzt passt der ist im Abseits war zu spät jetzt noch ein Stückchen wo erdrücken müssen ich kann nicht reagieren wie du was sagst ich kann noch schneller zu drücken weil da wie sie die hässlich die Balle verteilen lebt der ist doch unser Abbild ist die Kopfhörer in dem bei den Falle die einfach ausrennen alter guck dir auch mal an wie schlecht er einfach spielt er kann sogar ein gar nichts so eine typische Chancenverwertung und dann soll das nicht passt Schieber hat die Bürger gehabt oder wer das wenn du zu Zeit wenn du so spät den Pass gibt es kann ich doch nicht reden dass ich den Grätschen darf mein Freund ich muss doch noch wissen nein ich kriege ich den Tiki Fuß an mach ich den Fuß an ich hab's an haben wir was was machst du schafft er nicht jetzt viel zu langsam guck hier guck hier die Ecke wir gehen auf ausgelegen nicht das habe ich schon wieder vergessen dass wir alle spieler nachdem sie stehen jetzt armselig schuld zurück an platten hat hat hatten haben was ja pischig war gut ramos kommt ran aber der Kieber ist da ich hab eigentlich Kraft sogar voll kann ich das Behn weggezogen ja ist ruhig gut hey was sagst du für einen Scheiß was ja ich stand doch nicht mal da du Schlauchwurk wie schlecht schaffst du denn das du machst es so richtig knapp dass es nicht klappen kann gar nicht so alt hier r r r r r ich hab's erstatt über 30 ach guck mal 2 0 ne gibt es nicht mal richtig dicken Eckball weil du denn schönes Kindchen dahin geschaut ich hab schon vor drei Stunden gedrückt und danke dass du siehst dass ich gedrückt hab der Hund spiel und passt spiel und die spieler an der hier vorne steht das war natürlich und verdammt in bei so einer situation wenn er ein spieler ist Mann das war ja da und ich werd du oh schade der war schön drüben skript ihn ich müsste passen ich hab's gepasst und ramos mach den rein komm her warte mal ach so ach so das 1-0 ist ja für hertha upsie ja was denn sonst das habe ich jetzt nicht hab grad uns gelesen als 1-0 warum habe ich mich dann grad so mega hart geholt und ich dachte mir grad wieso 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 tut ramos wieso tut ramos grad sich so mega hart wollen das war leider abseits drauf schön für dich 2-0 ich brauche die Händen gucken fisch dir grad alles zum wick jetz 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 los tu rins weg was ist wenn ich jetzt gewinkt bin sagst ne alten Frau wollen wir mal Milch ich holte dir so Milch aber für sich selber und geh zurück also die Milch gehören mir nö die Frau sagt mir mal an die aber passt doch was was ist das passt nicht oder ist es unlogisch alles fein ist besser Julian Schiemer den hätten wir mal holen müssen wäre der beste Stoßstürmer auf der Welt in FIWA zumindest rot rot wo ist das Junge wir verabschieden uns von Drimic kein Offensivmann mehr ey, das ist einfach so eine leichte Ballberüge du hast ne leichte was ne leichte Ballberüge noch gehabt äh wieso zieht jetzt wieder Karius raus ich drücke gar nichts ich hab nicht mal den Controller benutzt guck's dir an aber ach man ist doch assi es kann doch nicht sein dass aber Karius so assi rauskommt das ist das zweite Mal schon wieder dass der nur noch warum hast du jetzt gelupft ich war noch nicht ich war nicht mein Haar du musst schon wissen ich bin auf lupfen getrolt ich bin spiel in den größten Asi ich bin spiel in den größten Asi steifel sie meine neue oder fuck spielst du den größten Mist zusammen auf der Welt alter du und ich oder was nö ich war ursprünglich keine Gegendore hier du köpfst der Ball geht trotzdem rein du kuschelst mit Karius und Karius muss rausrennt und dich extra begrüßen das ist die gleiche alle spiel ein ich glaub ich hab sie alle rote haha nee alle kann nicht rot kriegen ja war ja immer das Spiel abgefüllt Karius ich bin nicht der Armeius ich bin nicht der Armeius wie sie schießen wir jetzt weg sind wir schon auf Zeit-Tree wir müssen jetzt sein über der alten gegen Hertha wir dürfen nicht tiefer sinken als wir schon gesunken sind ja häng ich schon ach so nicht ich weiß krink doch Ramos drin mit schlägt der rennt doch wie ein blöder er wollte die Ecke haben sorry ooooh hä? ja der war auch schön ich wollte mich hinlegen ich wollte mich hinlegen bist du auslange oh mein ich hab mir irgendwie seid gedacht so ein Hund ey köpf ja ob zu spät gesagt ich wies was war mehr versicherst du ab da da traust du den den hab ich gesehen da hinten was weiß Ramos in der Mitte du Schlauchfuchs warst du es schon wieder den Ball verloren du bist als ob drümmelchen Obermeerang wäre mit dem 95 guckst du doch an wie Asi Rot Junge ey ey hör auf ich bin gerade auf durch du schildes bläub auf ey verschliessen scheiße mach ob auch guckst nicht jetzt hättest du wieder lupfen können du machst du nicht was ist du bist ein Freistoß durch Schlauchwuchs wie sag ich so oft Schlauchwuchs ganz ehrlich ich finde so wie deprimiert wenn man Schlauchwuchs nennt nennt heißt nein das macht Begründung hey das ist fies das ist fies das ist fies jungen was so als ob Julian Schieber oder was ich hab nicht so keine Mühle was Julian Schieber hat den grüßen Oma K war ganz wie war 16 und den kleinsten Kopf ganz wie war 16 ganz ehrlich ganz ehrlich das dümmste Ergebnis ich glaube wir werden langsam ausgeschmissen vom Trainer habe ich das Gefühl Europa League kann man ja auch stecken Champions League ich bin das gar nicht und die Liga auch mit der Liga zu sprechen überliga will ich kein Hauptfall die Lieren in welches sind Verletzung mein Fabi mein Fabi also gar nicht so stehst du k k wo steht Karius ganz ehrlich schuldig 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 aber gut geht guck wie er guck wie er aussieht guck wie er aussieht alter dann gehe ich mit diesen kaputten Geräuschen ganz ehrlich bitteschön wo würde ich diesen voll was für den von Holz wollte ich voll Arsch sagen Köpfe Köpfe ja hast du Schieber eingelegt dann daneben bleiben ne Schieber hast du nicht hingelegt du hast jemand anderes hingelegt wo sie ja die bewegen hier jetzt lauft ja da kann ich mal laufen da seh ich war pissig war pissig war pissig war pissig das ist jetzt ein schönes Weil doch ich lobe das nicht also wenn ich das seh schönes Weil das war ich dachte wir gehen rein ich dachte wir gehen rein Junge was ist hier los was ist hier los was ist hier los ich habe ich habe jetzt ich habe jetzt ach ich habe jetzt ich bin ich ich bin ich in Wachse sie sind wie das andere Marekersfels wir haben ein Problem der Bisschen und die haben bei uns vier Tore geschossen weil wir verdient schon wieder zu Hause dann haben wir wieder einige neue Game Garten dazu bekommen wir sind nicht so schlecht wir sind nicht so schlecht wir haben wir andere wie wir wollen wir zahlen der Bruder mit dem der Bruder macht uns Angst ... ja was soll ich denn ich lasse da und du lasse eh Garios so macht es gut Garios 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 Oh Schulz Garios ging Schulz das exkült wir haben den Ball cool wir kriegen den Ball ich bin dann bitte da bin ich nicht schieber den ball festhalten schieber den ball 4 1 auch gemacht die platze wieder gewonnen alle spieler alle spieler haben gelb konnte ich würde so hardcore feiern wenn sie sind dauert auch lange domingens träumt von sonnigen zeiten sie verarschen wir machen ja schließlich doch über uns schlau fuchs wenn aber deutschland dabei wäre ich bin der reichert du bist ein reichert ich hatte noch angst wir wollen nie mehr planen juhu geil der junge ist so geil der junge ist so geil der denkt dass er nicht mit ihm planen was soll ich sonst machen wenn ich niemanden anders da vorne hab der mitlaufen aber den spielen alle wieder gar nicht äh 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 wir spielen über rechts sonst immer André Hahn Gesandteil Gesandteil Danke 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 Du musst erstmal kurz Aufstehen, Junge So, Raphael, komm wieder hin Mutu, du bleibst zu Hause, mein Freund Verpist dich Meine lieben Freunde, wir bedanken Uns bei euch wieder einmal Erfolgreich, dass ihr unsere Folge Angeschaut habt, ihr habt es euch wieder mal angetan Lasst ein Like da, wenn euch es wirklich gefallen hat Regen geht Dominguez auf den Geist Regen geht Dominguez Auf den Geist, denn sogar am trockenen Das ist die beste Welt Überhaupt, naja, mit dieser Verabschiedung Bis dahin, ciao Tschüss